Das ist die neue ARIA Amira, unsere Documentary Style Kamera. Die Amira kombiniert die Alexa Bildqualität mit einer Finger-User, Schulterbetrieb optimierten Ergonomie, hat 3D-Lud-Funktionalität integriert und hat natürlich die bekannte ARRI-Produktqualität, die wir von der Alexa und anderen Kameras kennen. Alexa-Imagequalität heißt 14+, Blenden, Dynamikumfang heißt niedriges Rauschen, heißt sehr gute Hauttöne, die ganzen Faktoren, die man von der Alexa kennt, hier mit integriert mit dem Alexa-Sensor und noch bis zu 200 Bildern, also von 0,75 bis 200 Bilder pro Sekunde. Es gibt hier diesen neuen Multi-View-Finder, der ein OLED-Display als IPC unterstützt mit einer Auflösung von 1240x1080 plus einem LCD-Ausklapp-Display, über das ich die Kamera komplett steuere, das dann natürlich auch das Live-Boot anzeigen kann. Hier oben habe ich dann noch Funktionalitäten für Peaking oder für Zebra, das ich hier direkt steuern kann, um eben dann auch direkt in Suche dann entsprechende Anzeigen zu abzunehmen. Die Aufnahmen werden abgeschreitert auf CFAS 2.0-Karten. Das sind Karten, die von SanDisk jetzt vorgestellt wurden, sind neue Generationen, die eben sehr hohe Datenraten erlauben und dadurch es auch ermöglichen, bis zu 200 Bilder auf die Karte zu schreiben. Quick-Access-Switches hier, wo ich Dinge wie White Balance oder Exposure Index sehr schnell umschalten kann. Wir haben einen ND-Filter integriert hier, einen motorisierten. Es gibt verschiedene User-Buttons, die verschiedene Funktionen drauflegen kann. Es gibt eine separate Audio-Sektion, die vier Kanäle Audio mit vier Audio-Inputs unterstützt, mit allen Funktionen, die man da braucht, Phantom-Power, Line-In, Mic-In, all diese Geschichten, digital in. Für den Schulterbetrieb sehr wichtige Funktion hier, die Verstellbarkeit, sowohl des Sucher- und Handgriffes oben über einen Schwalbenschwanz, als auch dieselbe Funktionalität unten. Das heißt, wir können ja mal ein Schulterpad in die Position bringen, in der es ideal ist für die Schulterbeine. Wir haben hier oben dann noch Wireless- und Bluetooth-Funktionalität, Schnittstellen für verschiedene Funktionalitäten, wie ein Headset oder Zugang zur Kamera über ein Wireless-Device. Was wir End-Camera-Grading nennen, ist die Funktionalität, gleich den Nutzer aus einem Gradingsystem in die Kamera zu laden, die entsprechend auch prozessiert werden, oder gleichermaßen Bildparameter in der Kamera schon so zu modifizieren, dass ich Effekte erreiche, Bildeindrücke erreiche, Bildstimmung erreiche, die jetzt dementsprechend, was ich normalerweise im Gradingsystem mache.